Susanne Anders ist angeklagt, weil sie Ulf Sommer im Autobot Tal ins Gesicht geschlagen haben soll. Sie war dabei fast nackt und kam aus dem Kofferraum des Wagens gekrochen. Was steckt dahinter? Bitte heben Sie sich. Richter Alexander Holt. So, bitte nehmen Sie Platz. Frau Anders, sind Sie? Ja. Wir verhandeln heute die Strafsache wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Die Anklage wird vertreten durch Herrn Staatsanwalt Dr. Flocke. Ihr Verteidiger ist Herr Rechtsanwalt Wiens. Nehmen Sie bitte in der Mitte Platz. Frau Anders, zunächst Ihre Personalien bitte. Sie heißen Susanne Anders. Ja. Sie sind geboren am 11.04.1975 in Frankfurt. Richtig. Da leben Sie auch. Sie sind ledig, oder? Ja. Das stimmt. Sie sind Assistentin der Geschäftsführung. Ja, und ich assistiere es sehr gut. Was verdienen Sie da monatlich? 1.700 Euro netto. Unterhaltspflichten keine? Also Kinder oder sowas? Nein, nicht nicht. Vorstrafen sehe ich haben wir auch keine. Nein. Herr Staatsanwalt, bitte die Anklage. Die Staatsanwaltschaft legte Angeklagten folgenden Sachverhalt zur Last. Am frühen Abend des 8. November 2001 versteckte sich die Angeklagte im Kofferraum des auf dem Firmengelände der XGmbH in Frankfurt am Main geparkten Wagen ihres Chefs, Walter Aßmann. Nachdem sich das Fahrzeug gegen 17.30 in Bewegung setzte, kam sie nur mit Dessous bekleidet aus ihrem Versteck hervor und machte dem Fahrer das Angebot zuzugreifen. Als diese daraufhin den Wagen anhielt, sich umdrehte und die Angeklagte ihren Kollegen Ulf Sommer erkannte, schlug sie diesmal einmal kräftig mit der Faust ins Gesicht und flüchtete. Herr Sommer erlitt hierdurch eine Fraktur des Nasenbeins. Die Angeklagte wird daher einer vorsätzlichen Körperverletzung beschuldigt. Strafbar gemäß § 223 Absatz 1 Strafgesetzbuch. Danke, Herr Staatswald. Herr Verteidiger, will Ihr Mandantin zu dem Vorruf noch sagen? Mein Mandantin wird sich äußern. Frau Anders, wie war es denn? Ach, das ist doch alles völliger Blödsinn. Ich habe mit der Sache wirklich nichts zu tun. Also nein, also das stimmt alles gar nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt auf dem Weg nach Hause mit der U-Bahn. Und außerdem, wieso soll ich einen Kollegen schlagen? Ich habe doch gar nichts gegen Herrn Sommer. Und wieso soll ich das gewesen sein im Auto? Also, er hat mich bestimmt mit jemand anderem verwechselt. Ja, Frau Anders, es ist dummerweise so, dass der Herr Sommer Sie eindeutig identifiziert hat, sagt er. Ach, mein Gott, es gibt doch so viele blonde Frauen. Also bitte mit langen Haaren. Und ich denke mal, er hat sich das gewünscht, mich mal mit Dessous zu sehen. Aber davon kann er weiter träumen. So, so, Frau Anders, hat sich Ihr Armband dann auch in das Auto gewünscht, dass das da auf dem Rücksitz des Geschäftswagens gefunden wurde? Da war so ein Armband auf dem Rücksitz. Ach, der Herr Astmann hat mich öfters heimgefahren, wenn es im Büro spät geworden ist. Da habe ich es wohl verloren. Also, es ist jedenfalls Ihr Armband. Ja, das tut doch auch nicht wirklich was zur Sache. Also, allein, dass das Armband im Kofferraum gefunden worden ist, spricht ja wohl nicht dafür, dass meine Mandantin zur Tatzeit im Auto war. Ach ja, aber kommen Sie, Herr Kollege. Was wollten Sie denn jetzt im Auto Ihres Chefs in Dessous und Netzstrümpfen? Wollten Sie sich Ihrem Chef anbieten? Also, nicht, dass ich keine Dessous besitze, aber, mein Gott, ich pflege tagsüber schon was drüber anzuziehen und anbieten. Ich biete mich niemanden an. Das habe ich wirklich nicht nötig. Ich nehme mir das, was ich möchte. Und, also, die ganze Story, das ist ja alles Quatsch. Wo waren Sie denn dann um diese Zeit? Ich war, ich bin nach Hausnäu gefahren mit der U-Bahn. Das sagten Sie eben schon mal. Haben Sie da Zeugen für, dass Sie in der U-Bahn gewesen sind? Das war Rushhour. Da waren unzählige Leute da, aber keinen, den ich kannte. Tut mir wirklich leid. Noch Fragen an die Angeklagte im Moment? Keine, keine. Keine weiteren Fragen. Dann treten wir in die Beweisaufnahme ein. Den Herrn Sommer, bitte. Sie nehmen hier Platz. Der Zeuge Sommer, bitte. Herr Sommer, nehmen Sie bitte hier vor einen Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge vor der richtige Wahrheit sagen müssen. Sie könnten auch vereidigt werden. Ja. Ihr Personal zunächst. Sie heißen Ulf Sommer, 35 Jahre alt. Sie kommen aus Berlin, leben aber in Frankfurt. Unternehmensberater von Beruf. Ja, richtig. Mit der Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert, aber Sie arbeiten in der gleichen Firma. Genau. Ja. Man sieht ja noch, was Ihnen widerfahren ist, so ungefähr. Erzählen Sie uns doch bitte mal, was an jenem Tag genau passiert ist. Ja, also ich hatte noch einen Kundentermin und die ganzen Firmenwagen waren schon weg gewesen und da habe ich verabredungsgemäß das Auto von meinem Chef, von dem Herrn Aßmann genommen. Ich bin dann so circa ein Viertel nach fünf aus der Tiefgarage rausgefahren. War der Wagen denn abgeschlossen in der Tiefgarage? Also das nehme ich an. Also der schließt wahrscheinlich immer ab. Aber ich habe so ein paar Mal mit der Fernbedienung schon hin und her gemacht. Und dann sehen Sie gleich die ganzen Rundungen, wie man sie kennt und sie legt es ja immer drauf an. Also aber davon sind es nicht so blau angelaufen. Was ist dann passiert? Ja, dann hat sie mir voll einen auf die Nase gehauen. Das wollte ich hören. Wir haben es doch jeden Tag getrieben. Im Fahrstuhl, auf dem Kopierer, auf dem Schreibtisch. Das weißt du jetzt, weil du bist verrückt an dir. Dann sind Sie losgefahren. Was ist während der Fahrt passiert? Ja, das war wirklich ein Traum und ein Albtraum. Ich fahre so circa fünf Minuten. Auf einmal höre ich hinter mir so Geräusche. Es knackt und raschelt und ich gucke in den Rückspiegel. Da sehe ich hinter mir einfach nur blonde Haare, Riesentitten, die hingen so oben rüber und Netzstrümpfe. Und ja, ich war vollkommen überrascht. Dachte, das ist ja wirklich wie im Traum. Und dann höre ich nur noch die Stimme. Komm Traummann, fass mich an, greif zu. Und Herr Sommer, haben Sie denn zugegriffen? Nein, ich bin nach rechts rangefahren und habe die Hände die ganze Zeit am Lenkrad gehabt. Und dann habe ich mich umgedreht. Dann sehe ich eine Wahnsinnsfrau zwischen mir, hinter mir. Die riesen Löwenmähne, die Titten, die waren übermächtig über mir und sie hatte keinen Slipp an. Das gibt es ja gar nicht. Das sagst du nur alles, um mir eine reinzuwirken, weil ich nie auf deine Anmachen reagiert habe. Du wolltest schon immer was von mir. Aber ganz bestimmt nicht. Auf Sie war ich noch nie scharf, Herr Sommer. Auch wenn Sie sich das gerne wünschen. Ich mir wünschen? Was hast du denn so immer, du hast doch immer so schön geredet mit mir. Ach ja, geredet, wie schön. Jetzt lassen Sie uns einfach mal zu diesem denkwürdigen Tag zurückkommen. Sie sehen also von hinten eine Löwenmähne. Und? Ja, also das ist unverkennbar. Ja, und wie geht es dann weiter? Ja, also ich habe mich dann umgedreht, wie ich schon sagte, habe dann so, wie sie hier, also so habe ich sie gesehen, die ganzen Rundungen, wie man sie kennt. Und sie legt es ja immer drauf an. Also, aber davon sind es nicht so blau angelaufen. Was ist dann passiert? Ja, dann hat sie mir voll einen auf die Nase gehauen. Das wollte ich hören, ja. Und die Nase ist geknackst und da haben wir auch ein Gutachten, das wir ausdrucksweise verlesen. Faktur des Nasenbeins, Böllungen und Hämatome im Gesichtsbereich. Das sieht man ja noch. Haben Sie denn die Frau irgendwie behört oder bedroht? Also, konnte ich ja überhaupt nicht. Ich bin ja, wie ich schon sagte, rechts rangefahren, hatte die Hände immer im Lenkrad gehabt und dann habe ich mich umgedreht. Und da war gar nichts weiter gewesen. Ohne, dass Sie irgendwas getan hätten, hat sie geschlagen. Was ist nach dem Schlag passiert? Naja, nach dem Schlag hat mir erst mal die Nase höllisch wehgetan, ja, damit du das überhaupt weißt, was du mir da wirklich hier zugefügt hast. Guck dir das doch mal an. Das gefällt dir, ja? Das war ich oder was? Ich weiß ja nicht, welches Flittchen da im Auto saß, aber bestimmt nicht ich. Haben Sie denn eine Idee, warum jetzt gerade die Angeklagte sich genau Ihnen nur mit Dessous begleitet nähern sollte oder anbieten sollte oder wie auch immer? Also das kann ich mir jetzt wirklich gar nicht so vorstellen, aber die wollte doch, wie ich schon sagte, schon immer was von mir. Vielleicht war diese ominöse Dame ja ein Teil der Sonderausstattung des Wagens. Das könnte ja auch sein. Und ich glaube, vor Erregung werden Sie sicherlich nicht erkannt haben, ob es irgendeine Blondine war oder eben meine Mandantin. Erregung? Also ich weiß ja nicht, was Sie für eine Erregung jetzt meinen, aber in dem Moment war da überhaupt nichts weiter. Wie hat denn die Frau reagiert, als sie Sie gesehen hat? Ja, also die Frau war wahrscheinlich erst mal, also das hat man ja gesehen, genauso überrascht und perplex wie ich. Und dann hat sie aber auch schon, ja, sieht man das Ergebnis, den Schlag dann gleich ausgeführt. Und dann sehe ich halt nur noch, wie sie sich dann schnell noch einen Mantel übergeworfen hat. Bei mir lief ja das Blut, also bei einem Nasenbeinbruch sehr stark. Und dann ist sie gleich hinten zur Hintertür raus. Noch Fragen an den Zeugen? Dann bitte als nächstes den Herrn Aßmann. Der Zeuge bleibt als Geschädigter. Herr Zeuge Aßmann, bitte. So, erst wenn Sie wir unbeeidigt, nehmen Sie da hinten Platz, bitte. Herr Aßmann, bitte. Nehmen Sie Platz. Als Zeuge müssen Sie die Wahrheit sagen, Sie könnten auch vereidigt werden, das wissen Sie aber sicher. Ihr Personal, zunächst, Sie heißen Walter Aßmann, sind 38 Jahre alt, Sie sind verheiratet, Sie leben in Frankfurt. Und Sie sind Geschäftsführer der Firma, in der sowohl die Angeklagte als auch der Herr Sommer arbeiten. Aber mit der Angeklagten sind Sie nicht verwandt oder verschwägert. Auch das ist korrekt, ja. Also Sie sind der Chef von beiden, wie ich gerade schon gesagt habe. Als Sie dem Herrn Sommer damals Ihren Firmenwagen geliehen haben, das soll Ihre Assistentin ausschließlich mit der Suess begleitet sich in dem Wagen aufgehalten haben. Können Sie sich das erklären? Also da habe ich überhaupt keine Erklärung dafür und ich glaube auch, dass das irgendwie ein Irrtum sein muss. Und wenn ich das sagen darf, ich habe einen ganz dringenden Termin, wenn wir da vielleicht... Ja genau, Sie haben da einen ganz wichtigen Termin und der ist hier. Gerichtstermin als Zeuge ist ein wichtiger Termin. Gut. Was ist denn an diesem Nachmittag des 8. November vorgefallen? Die Angeklagte ist Ihre Assistentin. Ja. Wusste Sie denn, dass Sie Ihren Wagen verliehen haben? Ich denke nicht, nein. Sie hat sich etwa gegen 17 Uhr verabschiedet. 17, 15, 27 etwa kam der Sommer und fragte mich, ob er meinen Wagen haben könne. Ich habe dem natürlich entsprochen, selbstverständlich. Und insofern denke ich eher nein. War denn Ihr Wagen abgeschlossen? Das kann ich nicht sagen. Also der steht bei mir in der Tiefgarage und das ist letztlich, ich weiß es nicht. Das Auto war also nicht abgeschlossen. Es hätte sich theoretisch also eigentlich jeder drin verstecken können. Jeder, der so eine blödsinnige Idee hat, ja klar. Ja und können Sie sich denn erklären, wie das Armband meiner Mandantin auf den Rücksitz des Wagens gekommen ist? Das kann ich sicher erklären. Das ist, denke ich mal, ziemlich trivial. Wir haben gemeinsam eine Geschäftsreise gemacht und bei einer von diesen Reisen wird es wahrscheinlich Ihr Armband verloren haben. Sie sollen Ihre Mitarbeiterin auch gelegentlich mal nach Hause gefahren haben. Bei so einer attraktiven Mitarbeiterin macht man das doch sicherlich mal ganz gerne. Also ich weiß nicht, wie Sie Ihre Mitarbeiterin rekrutieren. Ich finde es wirklich eine Unterstellung. Sie ist meine Mitarbeiterin und selbstverständlich ist es eine Frage des Deals, dass man jemanden dann nach Hause fährt nach gemeinsamer Arbeit. Ich denke das selbstverständlich. Aber Herr Haßmann, was reagieren Sie so empfindlich? Sie haben sich doch eine ziemlich attraktive Assistentin zugelegt. Vielleicht hat sich Frau Anders eine hübsche Überraschung für Sie ausgedacht. Sie war schließlich in Ihrem Wagen. Also ich verbitte mir wirklich diese impertinente Anfeindung. Ich rekrutiere doch meine Mitarbeiter nicht nach dem Aussehen, mein Gott. Ich bin Chef dieser Firma. Ich habe da bei Gott andere Vorstellungen. Und ich riskiere doch nicht meine Karriere wegen letztlich einer Tippse. Ich bin Chef dieser Firma und sie isst halt das nur, was sie isst. Das tut mir leid. Entschuldige. Wie bitte? Entschuldige, aber das ist eine Tippse. Was soll's? Wie bitte nur eine Tippse? Das klingt aber ganz anders, wenn wir alleine sind. Du bist doch verrückt nach mir, verrückt nach meinem Körper. Das sagst du mir auch jeden Tag. Ja, super, super. Ja, toll. Ich bin nicht nur eine Assistentin, das weißt du ganz genau. Bitte, überlegen Sie sich, was Sie sagen. Wirklich. Ach ja, das hätte ich mir aber überlegen sollen. Ach, das ist ja wohl das Allerletzte. Wir haben es doch jeden Tag getrieben auf dem Fahrstuhl, auf dem Kopierer, auf dem Schreibtisch. Das weißt du jetzt, weil du bist verrückt nach mir. Du bist doch verrückt nach mir. Das weißt du nicht jeden Tag. Das ist doch für ein Scheiß. Sag, dass du es nicht weißt. Das ist ja widerlich. Das ist Unsinn. Die Frau spielt sich nur auf. Darf ich mal fragen, Sie sind die Frau Aßmann, nehme ich an, oder? Ja, noch, noch. Aber dieser Kerl und dieses Flittchen. Ich habe das ja schon lange geahnt. Diese blonden Haare im Auto und die Überstunden ständig. Das ist echt das Allerletzte. Deinen Ring, den kannst du wieder haben. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Erika, bitte. Herr Aßmann, ich habe Ihnen vorher gesagt, dass Sie die Wahrheit sagen müssen vor Gericht. Die ganze Wahrheit. Wenn Sie das nicht tun, dann haben wir ein Problem miteinander. Vielleicht tun Sie sich jetzt etwas leichter, wenn Ihre Frau nicht mehr da ist. Also ich weiß nicht, bin ich jetzt angeklagt oder was? Ich sage es jetzt nochmal. Ich habe mit dieser Frau weder vorher noch nachher ein Verhältnis gehabt. Ich frage Sie zum letzten Mal. Waren Sie an dem Tattag in dem Auto? Ja, ich war in dem Auto. Der Herr Aßmann lügt. Wir haben öfter solche Spielchen getrieben. Ich wollte ihn überraschen und habe mich im Auto versteckt. Ich bin dann langsam vom Kofferraum raus und, Mann, wie soll ich das ahnen, dass er sein Auto ausgeliehen hat an Herr Sommer. Ich bin dann rausgeschlichen und ich habe Herr Sommer von hinten gar nicht erkannt gehabt. Es war schon dunkel. Und ja. Als Sie die Verwechslung dann bemerkt haben, da haben Sie zugeschlagen. Ja, aber ich war total geschockt. Mein Gott, ich meine, ich war nur mit Dessous und fast nackt. Was hätte ich denn sagen sollen? Hallo, Herr Sommer, wie geht es denn Ihnen? Ich meine, ich wollte nur raus. Es war mir peinlich. Ich wollte nur raus aus dem Auto. Und ich habe überreagiert und habe den einen reingeschlagen. Das tut mir wirklich leid, Herr Sommer, das tut mir wirklich leid. Ich wollte es nicht. Ich habe das nicht mit Absicht getan. Herr Aßmann, nochmal. Das sollte dir leid tun, ja. Wenn Sie hier als Zeuge etwas Falsches sagen, das ist eine schwere Straftat. Ich erkläre es Ihnen jetzt nochmal, aber jetzt nehme ich mir nicht mehr viel Zeit. Sobald ich Sie nach hinten entlasse, haben Sie ein Strafverfahren am Hals. Wenn Sie jetzt sich noch entschließen, hier was anderes, die Wahrheit zu sagen, dann ist es straflos. Ich schreibe. Also, es stimmt. Wir hatten ein Techtelmechtel, aber ich konnte einfach nicht darüber reden. Es war mir unendlich peinlich wegen meiner Frau. Ich wollte nicht, dass sie das erfährt. Details mag niemand hören von den Herren, ich auch nicht. Ich verzichte auf Vereidigung. Bleibt der Zeuge 61.5, Stp. unbeeidigt. Setzen Sie sich bitte auch nach hinten. Beweisaufnahme kann ich auch schließen, nehme ich an. Das tun wir hier mit. Herr Staatsanwalt, bitte. Herr Vorsitzender, Herr Verteidiger, nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung steht fest, dass die Angeklagte am 8. November 2001 den Zeugen, wie er hier sitzt, ins Gesicht geschlagen hat, sodass er eine Fraktur des Nasenbeins davon getragen hat, nachdem sie sich ihm aus dem Auto von hinten angeboten hat, ihn erkannt hat und erschrocken war, was da passiert gewesen ist. Einen Grund für dieses brutale Vorgehen konnte sie selber nicht angeben. Insbesondere hat sie der Zeuge auch nicht irgendwie tätlich angegriffen, dass Notwehr oder sowas ähnliches geboten gewesen wäre. Sie hat schlicht und ergreifend ausgerastet und hat ihn geschlagen. Das ist eine strafbare Handlung, eine Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft beantragt daher, die Angeklagte zu verurteilen zu einer Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen zu 55 Euro. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Meine Mandantin hat sich sicherlich wegen einer vorsätzlichen Körperverletzung strafbar gemacht und sie ist auch insoweit geständig. Man muss ihr jedoch zugutehalten, dass das hier eine klassische Affekthandlung war. Das war keine geplante Handlung, sondern eine Handlung, die sich aus der Situation heraus ergeben hat. Und man muss sich vorstellen, die Dame war äußerst leicht bekleidet und trifft einen Arbeitskollegen, den sie nicht besonders gut kennt. Da kann man schon mal in Panik geraten und überreagieren. Für meine Mandantin spricht weiterhin, dass sie die Tat bedauert und sich soeben auch beim Geschädigten entschuldigt hat. Und bisher ist meine Mandantin strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten, sodass ich eine Strafe von 20 Tagessätzen a 50 Euro für angemessen halte. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ja, ich kann nur wiederholen, dass es mir wirklich alles sehr leid tut. Ich war da total geschockt, als ich Herr Sommer gesehen habe und mir ist wohl die Hand ausgerutscht. Aber es war wirklich nicht mit Absicht. Ich habe da überreagiert und es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Und ich wollte auch Herr Astmann nicht in die Sache reinziehen, weil auch seine Frau da saß. Aber das hat sich jetzt sehr wohl auch geklärt. Gut, dann unterbreche ich kurz bis zur Urteilsverkündung. Sehen Sie gleich das Urteil. Und danach... Die Schlägerei war im Gange, ja. Der eine hat meinen Dirk von hinten festgehalten, der andere hat ihn immer wieder von vorne in den Bauch geboxt. Der Typ da, der hat uns halb totgeschlagen, hat er uns. Genau wie er es uns angedroht hat. Wer sich gewehrt oder geweigert hat, der wurde dann einfach zusammengeschlagen. Ich verkünde im Namen des Volkes folgendes Urteil. Die Angeklagte Susanne Anders ist schuldig der vorsätzlichen Körperverletzung, § 223 Absatz 1 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb zu einer Geldstrafe von 40 Tagesätzen ab und 55 Euro verurteilt. Die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie Platz. Wer hätte das gedacht, dass mir mal so ein Fall unterkommt? Man muss sich das richtig auf der Zunge zergehen lassen. Ein Fall, bei dem eine Frau nackt im Auto ist und der Fahrer ein Mann und ganz züchtig angezogen. Und trotzdem ist der Mann das Opfer. Und entgegen allem ersten Anschein handelt sich dabei noch nicht mal um Verkehrsdelikt. Sie allerdings assoziieren wie selbstverständlich Verkehr mit Auto offensichtlich. Und Sie wollten hier dem Herrn Aßmann das Thema vom Tiger im Tank ein bisschen variieren und das Häschen aus dem Kofferraum spielen. Als Sie bemerkt haben, um in der Fachsprache zu bleiben, dass das nicht Ihr Chauffeur war, da hat Ihr Antiblockiersystem ausgesetzt und Sie haben letzten Endes aufgrund eines Kurzschlusses ihm einen Blinker versetzt, bei dem kein Airbag mehr geholfen hat. Im Verkehrsrecht würde man sowas Augenblicksversagen nennen. Nachdem das zum Glück kein Totalschaden war und das Ihr erster Unfall dieser Art, denke ich mal zumindest, kann es hier bei einer Geldstrafe bleiben. Andererseits war es aber auch kein bloßer Blechschaden, sondern ganz kapitaler Kolbenbruch. Weil Sie sich aber so artig hier entschuldigt haben und das klang wirklich echt, kann es bei 40 Tagessätzen hier bleiben. Die Höhe ergibt sich aus Ihrem Tagesverdienst, alles weitere zur Berufung und Revision innerhalb einer Woche, erklärt Ihnen Ihr Herr Verteidiger. Man hat ja schon alles Mögliche gehört über unsinnige Extras in Autos, zwölf Zylinder unter der Haube, Hausbar im Handschuhfach, Video in der Mittelkonsole. Aber ich glaube, dieses Extra, das wird sich selbst in Cheffahrzeugen nicht durchsetzen, die nackte im Kofferraum. Sitzung ist geschlossen.